Entertainer, Schauspieler, Schlagersänger und auf ewig von seinen Fans und seiner Familie vermisst. Am 20. April 2022 jährt sich der Todestag von Willi Herren zum ersten Mal. Anlässlich dessen veröffentlicht seine Ex-Partnerin Jasmin Herren jetzt ein 10-minütiges Video, vollgepackt mit Fotos des verstorbenen Reality-TV-Stars und Erinnerungen an schöne gemeinsame Momente. Ob Schnappschüsse aus Willis Kindheitstagen, übers ganze Gesicht strahlend und posierend vor dem Kölner Dom, an der Seite zahlreicher Promi-Kollegen oder Selfies mit seiner Jasmin, dieser Einblick ins Familienalbum geht ans Herz, genau wie Tochter Alessias Worte, welche die 20-Jährige in einem Instagram-Posting zu Ehren ihres verstorbenen Papas teilt. Heute vor einem Jahr am 20.04.2021 kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da. Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Keiner kann diesen Schmerz, den ich fühle, dieses Leid, das ich in mir habe, diese Qual, die mich zerreißt, so sehr verstehen, sehen und spüren wie du, Papa. Ein Schmerz, den mir niemand nehmen kann, ich vermisse dich so sehr, ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist, schüttet Alessia ihr Herz aus und lässt ihre über 91.000 Follower an ihrer Gefühlswelt teilhaben.